Drück zu einer weiteren Folge von... FrankCraft 2 Bitte bei 85 wieder ohne Adlina Woff Hallo No, ich muss irgendwie finden Kabel wo gut passen wenn nicht so sauer teuer sind dann bleibt mir glaub nichts anderes übrig wie Ender-EU zu nehmen weil Blei haben wir noch nicht so 14 Stück da rein fahr auf mit Gold mach Gold später weiter brauch jetzt Blei ich würde ja gerne ach verdammt und was überladen soll ich denn noch warten hier unten in den Kellerbögel ich auch gerne machen das heißt wir müssen jetzt finden eine Energieleitung wo wo hast du schon das Blei denn reingesetzt? es ist aber so, dass die eben C-Wert haben, da müsste sie nur eine herstellen hat noch irgendwer was von diesen ziemlich klaren Glas? äh, warte kurz ich muss mal gucken, guck mal in den Ofen ran warum? ich brauche ich brauche nur eine Chisel ok ich brauche mir das Glas mal was hier rumliegt ja auch ich mach das ja ich hab die da hingesetzt als Zombie-Unlock-Mittel ja na, äh, Köpfe haben da kein EMC-Wert, oder? ne, hab ich auch grad gesehen wenn die Zombie-Köpfe haben zum Beispiel kein denn er hat er hat wahrscheinlich auch keinen ja, ja, das die geht da nicht weg neigst du sie schon wieder? ja ich bin nervt sondern nur neidisch, dass du keine hast natürlich wenn ich Bock hätte, den ich mir so viele holen, dass ihr Halleluja singt oh ja, okay, das nervige Ding nicht die ganze Zeit hört er dann so, oh, you're so cute you're so cute ja, lass ich mal Kühe suchen ähm, im Süden ne, war doch gut, welche ist das? äh, warte mal, weiß wo, siehst du mich? ich hab doch schon, ich weiß doch schon, welche herkrieg okay, gut, ich hab nichts gesagt aber dankeschön bitte so, kann gleich an die Grillen zu zirken ja, ja, das ist auch schon und mit dieser hier und diese hier brauch ich sehr schön, dass in dem Objekt die Portal gar noch einen Sound hat was hast du gesagt, das ist also so leise hier okay aber wie, das bei, das ist der Portal, was in diesem Projekt am Sound hat okay und auch die Turtles ihre beliebten Sätze sagen was sagen die? äh, voll süßes Zeug nur oh, oh, Memphis, 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 Memphis äh, Norden? sucht ihr noch ne Memphis, oder? na nö, wir brauchen gar nicht okay, gut, dann geh ich schon mal wieder rein Lostedone haben wir irgendwo Lostedone? ja, in der Kiste draußen, wo ich die Sachen hingebracht hab da irgendwo dürfte in der Kiste vor allem jetzt zu zwei, drei Stack Loster und Staub sein ja, oh, danke ja, oh, danke vielen Dank wir sehen noch die Leimdinger die trägt was oh, was ist hier drin? ah okay, das passt sogar ich brauche Kies, Erd, Sand und Ton hopp wow hm, perfekt ähm äh ähm das ist Winterbrücke Direkter Weg zur Kuhfarm jetzt Auch mit diesem Pflastern? Ja Das ist eine Kuhfarm Was sagst du? Frau von was? Wer da? Was für eine Kuhfarm Eine Mukufarm Ja was für ein Weg Das ist eine Mukufarm Nach dem Keller aus Ah Haben wir irgendwo eine Schaufel? Nein? Schaufel? Nein? Keine Schaufel Ich habe eine Weisensschaufel gemacht Ja klar Wenn ich muss jetzt Lehm Sammeln Sammeln Lehm musst du sammeln Ja Lehm und Kies Let's go back Das ist nur Also das Problem ist nur dass da überall diese Humpenviecher sind und die sind Auf auf mich Also ganz ehrlich so ne So ein gutes altes Ja super deine Schaufel hat es ja voll gebracht Was denn? Boah alter wie viel Gold da drin liegt in den See Ui Ok die Enden die übertreiben ein bisschen Wenn er das sauber erkackt So viele Items wieder rumliegen Ok die Stiefel sind geil Federvall 5 Was sind die jetzt her? Ja ich tauche Und hier liegen Eier Wollende Spitzhacken Ja die Viecher verrecken die ganze Zeit die Enten oder irgend sowas Ja und das Das ist Sport Das kannst du alles in die EMC Wo bist denn du genau? Im Keller? Na hier drüben Komm mal her Ich sehe dich Hör doch kurz ich fliege Wasser drin So viel Sache Birdy Bird Pass auf die Dinger sind gefährlich Erde Wo bist du? Welcher? Wo? Pizzhacken brauche ich nicht Ho brauche ich nicht Schaufel brauche ich Welcher sehe? Genau Wischen weg Ja unten Unten an der Karte 5 Schutz 5 Federfall Die Rüstungsteile behalte ich war Nicht schlecht sie brauche aus Gold aber Siehst du das nicht im Wasser drin? Der wo ich bin? Ja Ne da ist nichts mehr Im Wasser Ja im Wasser Ist nichts mehr viel drin Warte Richtiger sie? Wo war die Stelle? Jetzt nochmal Rüben Ich komme Ok ich folge die unnafällig Na unten ist mit dem Wasser drin Das sind so viele Items Alles mögliche Jetzt haben wir mal das auf Pass aber auf dass du nicht stirbst Ja ja alles gut Ja ja alles gut Ja ja alles gut Und zack tot So viel Fisch Ja ich sag doch jetzt überdrehen Ich will nix hören Ich will nix hören von euch Ich sag nur blub 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 So viel Fisch Ok ich bin weg Also wir sind raus Durch schon? Ja wir sind 10 Minuten schon durch Ok Leute bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ok